Herzlich willkommen Manuel Winsheimer. Was ist deine Standardbegrüßung? Moin. Moin. Du kennst die Regionalliga, die zweite Bundesliga und auch die U19, U17 Bundesliga. Was sind deine Erwartungen für die neue, unbekannte dritte Liga? Ich glaube, dass sie ein bisschen härter wird, ein bisschen Zweikampf wird runter und ich freue mich drauf. Morgen ist Cheat Day. Was holst du dir? Einen Döner. Später mal wieder aufs Dorf ziehen oder in der Stadt bleiben? Erst Stadt. Hattrick oder entscheidendes Tor in der Nachspielzeit? Nachspielzeit, entscheidendes Tor. Dann freuen wir uns genau darauf. Herzlich willkommen und viel Spaß. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.